Es war eine unglaublich schöne Woche für uns. Das erste Mal, dass wir zusammengespielt haben und dann auch hier vor heimischem Publikum. Es war wirklich, dass wir das jetzt so abschließen konnten, war natürlich eine Traumwoche für uns. Ja, ich denke, wir passen auch ganz gut von der Persönlichkeit zusammen. Auch taktisch konnten wir sehr gut Dinge besprechen. Aber auch wenn der Flow da war, da haben wir uns gegenseitig weitergezogen. Und auch wenn es mal nicht so lief, dann hat der andere geholfen. Also ich denke, es war eine sehr harmonische Woche und ein sehr harmonisches Team, was wir gebildet haben. Ja, ich denke auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, die Gegner haben sehr, sehr gut angefangen. Und wir haben einfach versucht, ruhig zu bleiben, auf unsere Chancen zu warten. Und wir kamen dann ja auch immer besser ins Spiel. Aber wir sind einfach sehr froh, dass wir das dann noch so drehen konnten. Ja, ich denke schon im Großen. Also wir haben versucht, im Zweiten dann ein bisschen aggressiver zu sein. Und dann ist uns das auch gelungen. Und das Publikum war natürlich voll auf unserer Seite. Und das hat uns dann auch in die richtige Richtung gepusht. Und das hatte, denke ich, schon diese Woche einen großen Anteil.